C, T oder T? T! T! Es gibt so viele Terroristen! Pech gehabt! Muss ich da halt Headshots verpassen, du homo! Fick dich! Oh Mann, warum spiel wir Counter-Strike? Wir haben gerade immer W-Rage gehabt! Counter-Strike bringt einen eh zum Ragen! Und er läuft da so'n kleiner Pisser, was? Ich fick ihn jetzt, Kree! Der ist halt Igerhohn, Söhne! 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 Der ist halt Tolera! Ich will zu den Terroristen! Mir scheißegal! Mein Hals tut weh vom ganzen Schreien! Was hat er gesagt? Mir scheißegal! So ein Hurnsohn! So ein Hurnsohn! Jetzt wirft doch Granaten nach mir! Aaaaah! Das hat er davon! Das hat er davon! Geht in Deko! Massimo bist du! Weh! Komm her! Komm her! Hä? Will ich aufs Maul! Komm her, du kleines Arschloch! Hä? Will ich aufs Maul! Aaaaah! Ich hab keine Munition mehr! Aaaaah! Jetzt hab ich eigentlich keine Munition mehr! Oh f***! Die Bombe! Die Bombe! Oh mein! Aaaaah! Verstabt! Verf***te Scheiße! How? Geht in Deko! Geht in Deko! Geht in Deko! Geht in Deko! Dein Blut klebt an der Tür, Alter! An der gesamten Tür! Alter, ich stopfe dir denn mein Blut in dein scheiß Gesicht, du Homo! Halt dein Maul! Klo-Power kriegt euch sowieso alle! Nein, tut er nicht! Werft der Power auf Klo? Oh! Alter, wie schnell Klo-Power da durchgehen konnte! Oh f***! Ich werd mich verarschen, oder? Oh lol, der ist... Der ist von mir gestorben! Oh, verf***te! Ich bin schon wieder bei den Bombex-Personen gewesen! Aaaaah! Diese verdammten Flashes, ey! Boah! Wie es einen auftritt! Aber wer hat 5 zu 0 Sets? Der wer hat 5 zu 0! Deine Mutter! Ne, die bestimmt nicht! Ja! 10 Flashes! Wer will mich verarschen, oder? Ich hab gar die Waffe gewechselt und dann kommst du scheiß Fenner mit der MP5 vorbei! Boah! Na, Maas, wovor steckst du dich denn, ne? Geht in Deko! Geht in Deko! Geht in Deko gewinnen! Pff, mit der Handgranate, Alter! Ohne Scheiß! Geht in Deko! Geht in Deko! Au! Geht in Deko! Geht in Deko! Geht in Deko! Geht in Deko! Sehen ja nicht mal. Arschloch! Du Dummes! Ja genau, dann hockt der eine mit der AWP. Gott sei Dank bin ich nicht vorne gelaufen. Ja genau, da hocken zwei Typen mit einer AWP. Wer hätt's gedacht. Wow, und unser letzter Überlebender hat einen Schmid-Scout. Ja, und unser letzter Überlebender hat eine Pistole. Was willst du? Unser letzter Überlebender hat acht Leben. Unser hat... Okay, da hat doch nicht nur ein Schmid-Scout. Alter, bitte. Er hat nur eine Pistole und das vollautomatische Scharflüsse-Gewehr. Hast du vergessen oder was? Schon? Und den Schärfen-Kipp. Unser letzter Überlebender hat er nicht nur ein Schmid-Scout. Und das vollautomatische Scharflüsse-Gewehr, hast du vergessen oder was? Halt doch deinen Maul. Ich will mit dir eh nicht in dem Team zusammenspielen. Geht in die Kippe. Alter. Was da? Da werden Headshots verteilt. So kleinen Spasten. Ja, genau! Marci, fick dich ins Knie! Fick dich! Ah, ich muss was zwingen, ey! Scheiße! Marci, du wurdest grad geteam-killt. Marci! Ja? Aber du wurdest grad geteam-killt. Ich frag gerade. Keine Ahnung, weil er halt gedacht hat. Muss man machen, ne? Theoretisch soll ich dem jetzt eigentlich voll den Headshot verpassen. Aber ich widerstehe. Obwohl er halt offizieller Raid stark ist. Dafür halt deinen Maul. Außer so'n Scheiß von dir zu geben. HALS! Und da kommt dann gleich wieder so'n Typ mit ner Scheiß-AWP und meint, mich da in die Ecke drängen zu sollen. Ja, komm, fick dich mit dieser fucking Farmers, he? Willst mich echt verarschen, ne? Marci, komm jetzt rüber zu den Terroristen. So sieht's aus. So sieht's aus. Deine Stats sind so beschissen, Alter. Alter, wenn du wüsstest, wie ich die ganze Zeit draufgehe, dann wüschtest du warum. Ich werde von unsichtbaren Gegnern gekillt. Pah. Meine Stats sind im Eimer. Nee, ich lauf in den Raum rein, seh kein... Hä? Deine Stats sind im Eimer. Wohin? Wohin, Christian? Du gehst vor! Los! AAAAAAAA! Was? Was zur Hölle? Was? Halt her! Und dann kommt da noch so ein Federer mit der Pistole um die Ecke! Was ist die Old-Hog-Taste? Was ist die Old-Hog-Taste? Hehehe, keine Ahnung. Was ist die Sprech-Taste? Ich hab keine Ahnung. Nein, jetzt hab ich meine Pistole weggeraufen, verdammte Kacke nochmals. Und da gehen wir nie wieder rüber, he? Ja, genau da vorne ist ein Typ mit der AWP. Der ist ja jede Runde. Da oben auf dem Gerüst Hockter Auf dem Geländer Fucking Blendgranate Wo bin ich? Und da noch der Rauch Den in der Halle hast du Fick dich ins Knie Du scheiß Arschgesäß Boah Das kann doch nicht Erstmal Kevlar und Helm, Alter Nicht über außen Ich bin aber über außen Los, dann schnell Los, los, los Nicht da rein Wo hockt der? Wer? Ich hab doch 10 Leben Da hockt irgend so eine kleine Ratte Hockt da im Eck Mit der Pistole auf die Distanz Und da noch mit der Destardiegel Soll ich ihm das jetzt machen? Diese kleine Mase, Alter Junge, Junge Christian Was? Erinnerst du dich noch? Hol dir eine Scheiß Maschinenpistole Und wir rennen durch Auf geht's Ah, Griff Ich werfe gleich am Anfang Werfe ich die Blendgranate da raus Über rechts Wir gehen über links Okay Rechts Ja, jetzt bin ich schon nach rechts gelaufen Natürlich Unser Typ legt die Bombe Und ich mach die Tür auf Und vor unserem Bombenlieger steht ein Typ Und der knallt natürlich zuerst mich ab Keine Lust mehr auf diese Scheiß P90 Ich bleib jetzt bei meiner AK Wo hockt der Typ mit der AWP? Das ist ein Verbündeter Okay Ich hab die Bombe Oh, sie geht zuerst rein Gib Deckung Leg Da kommt ein Typ Verrückte Scheiße War das knapp Oh Jetzt hab ich die Bombe Gleiches Spielchen normal Ja Ah Team Flash Verdammte Idioten Bin drin Bin drin Frei Ja Hatte ich auch noch Was, da oben hockt auch noch einer in diesem Scheiß Schatten Wo du eh nicht hinsiehst Weil da alles schwarz ist Verfickte Kacke Wie haben die mich abgeknallt Der war oben im Eck Der hat mich auch erwischt Ich stand so, dass er keine Scheiß Schusslinie hat Vielleicht hat er dein Dein Hemd gesehen Oder ein Faden, der von deinem Hemd weg geht Ich hab doch keine Ahnung Und unser AWP-Schutz ist so klug Ich wette mir, er springt da jetzt runter und stirbt Ja Gleiche nochmal Der hockt hinterm Container Ich geh, ich geh rechts dann vorbei Zählen, von beiden Sicht Nein, 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 der hockt da Der hockt da ums Eck Mich auch Das kann doch wohl nicht wahr sein Bock auf CSGO? Das ist noch schlimmer als CSS Da leg ich mich noch nur und nur mehr auf Alter, 3 zu 13 Junge, lass uns CSGO zocken 9 zu 9 Ich hatte am Anfang 5 oder 6 zu 0 Okay Alter, lass mal Es ist Viertel nach 8 Ich schwör dir, wenn wir CSGO spielen Ich werde kein Wort mehr sagen können morgen Weil ich so Halsweh hab Das schwör ich dir bei meinem Leben Lass uns CSGO zocken Wir spiel jetzt noch die eine Runde Und dann spielen wir CSGO Okay Dann geht der Rage weiter, Alter Rage Scheiß Flash, verdammt nochmal Ah, verdammt nochmal Ah, verdammt die Runde, scheiße Ah, verdammt die Runde, scheiß die zweite Flash Und dann werf ich noch 20 AE-Granaten hinterher Ich hab den Scheiß-Typ mit der AWP Ah, verdammt die Runde Und jetzt hol ich mir die nächste AWP Aber ich werde natürlich vorher abgeklappt Und der Typ hat die Runde Boah Ah, verdammt die Runde Ah, mein Hals ist so trocken CSGO Legt die Rage Sofort Sofort Spiel wir enden